So meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft zusammen mit dem Bloblet2599, mit dem Sir Pacman, mit mir und mit dem Mr. Swizz Zocker mit seinem geilen Skin. Genau, hallo auch von meiner Seite, fragt mich wegen meinem Skin, das muss so sein. Ich teile den Account mit meinen Brüdern, ich muss mir noch mal einen neuen zulegen. Wird dich auch bald mal machen, aber vorerst noch nicht. Ich würde sagen, dass wir auf diesen Baum hier einhauen. Was hast du auf diesen Baum hier einhauen? Ich auch nicht. Herr Vordang, du hast schon eine Working Bench gemacht, wer holt hier nur den Stamm ab? Ich nicht, aber ich habe schon einen Aux. Oh nicht, das war ein Schwein, das war ein Enderman. Ja ja, Enderman, entschuldige. Es laggt, es laggt gewaltig. Das kann gar nicht sein, mein Lieber, das ist 6 GB RAM. Du lagst, nein. Deine Mama laggt. Boah. Ja, mein Pus, hallo, wie geht das? Oh ja, oh lol, ich habe eine Holzachst, geil. Ja, ich habe die gegeben, mein Lieber. Danke. Ach übrigens, ich würde sagen, dass wir die Aufgaben ein bisschen aufteilen. Also jetzt natürlich Holz klappen und so, das müssen alle machen. Aber danach würde ich sagen, dass wir die... Lag. Dass wir die Aufgaben halt aufteilen. Dass jemand irgendwie für die Nahrung zuständig ist, jemand für Spawn und... Also wäre es ja lustiger gewesen, hätte ich auch Hardcore gestellt. Ja, wenn wir einmal stehen haben, dann kommen wir lieber auf den Server. Das ist schon... Ja, du bist ja gebannt für immer und ewig. Ja. Ja. Na, aber ich würde, wie wäre dafür, dass jemand für die Verteidigung zuständig ist, jemand fürs Essen und jemand für Rohstoffe. Ich würde fürs Essen. Okay, dann... Eine Farm, eine Farm, alles so. Dann belasse ich dir, Mr. Swisszocker, die Wahl. Äh, Essen, Verteidigung... Was haben wir noch, Rohstoffe oder Verteidigung, ne? Ja. Dann mache ich Rohstoffe, weil ich bin kein so guter Kämpfer. Okay, dann bin ich auch Kämpfer. Ja. Also, klar, jeder braucht ein paar Waffen, aber du brauchst halt das... Wenn man halt Leder... Wenn wir halt Leder kriegen, dann geben wir halt erstmal alles dir, bis du eine volle Rüstung hast. Ja, okay, Lederrüstung ist eh scheiß, der kommt noch nie in einem Best-Serie oder... Ja, dann halt Bolz oder... Oder Diamant oder... Oder... Ah, ich... Klar, gleich eine Diamantrüstung, das wird... Ja, das wird... Hab ich auch schon gefunden, mitten auf dem Strand. Nee, Spaß. Ja, bei Hexit vielleicht aber, hier. Ja, oh, angeschwemmte Diamantrüstungen. Ja, die nehm ich. Nein, die haben nicht gecheatet. Nein, nein, ne. Da hinten rennt einer rum, wo... Leute, ähm, die Sonne geht langsam unter. Wo wollen wir uns niederlassen? In der Erde, würd ich sagen. Also fürs Erste. Ja, ja, in der Erde einfach kurz reinbuddeln und das passt nicht. Ich buddel mich nicht ein. Doch, natürlich, du wirst... Ich möchte gern... Ich möchte so gern deinen Kopf drehen. Ich bin jetzt ernsthaft. Weißt du, das passt nicht, greener Front. Ist nicht auf meinem Scheiß gewachsen, dieser Skin. Ehm, erneut. Ich töne auch kurz was scharf, okay? Nein, nicht... Nicht töten, wir brauchen deren Fell. Ja, ja, deswegen töte ich sie ja. Ja, aber... Ja, aber... Aber dann sind sie weg. Ja... Ja... Ja, ist mir auch klar, dass man um die... um das Fell zu kommen, die töten muss, aber... Man... man kann ja auch viel besser scheren, dann haben wir länger was für dich. Ja, okay, dann... Vielleicht... Du weißt schon, wir müssen dazu erst Eis entschmelzen, eis entschmelzen und dann eine Schere machen, dann schlag Eis zu dornen. Geh ein bisschen Eisen und dann nix mehr. Töten. Spielst du eigentlich zum ersten Mal an mein Geschäft, oder? Miete vielleicht so Seit wann spiele ich Minecraft schon ein paar Jahre Aha ja Jaja Ne ne ich dachte einfach nur dass wir die scharfe dass wir nett sind, weißt du Jaja so Der typische Schweizer, immer nett Ja danke, gib mir ne kaputte Holzachse Ja bitte Ja aus deinem Apfel Fallen hier eigentlich Äpfel vom Ich hab noch keinen einzigen Apfel gesehen Ja und wenn du wartest Leck, leck Wieso leckt das man? Wenn du vielleicht renderst oder so Ach stimmt ja ich rendere gerade Daran könnte es liegen Ja Facebook Ja ich rendere gerade deshalb könnt Ja genau Deshalb könnten es ab und zu mal lecken Ich bitte euch das zu verzeihen Alter hab ich es gerade leckt Ey wenn ich so zutrehe Ey du Arschloch ey wieso Ja Minecraft ist das einzige Spiel Dass man zocken kann und nebenbei noch irgendwas anders machen kann Ja sieht man auch bei dir grad Hey jetzt äh selber aber auf Hey ich seid nett Ja ich schenk dir das Passetzlinge Warte wo bist du? Ich schenk dir die Passetzlinge dann für das so und Der haut immer nur die Stämme weg Alter ich Dreh dir wieder hin Keine Ahnung ich nimm immer ganz weg Achso Ja ich brauche gar nix mehr ab eigentlich Ich hab doch geraum Ich hab bald nen Stack Ehh 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 rohstoffe tüten ich habe 60 unverarbeitetes holz es gibt gleich massig holz der vier vierundsechziger ja das reicht für ein haus doch für ein kleines haus schon ja für ein kleines kommt drauf an wie groß und so klein wird es schaffen wir können uns noch betten machen wir nicht ein vier auf vier mal haus ja ne bisschen größer schon apropos haus wir müssen uns mal einzeln spawnen es ist es wird dunkel ich habe gleich wollen für uns ein schwein ach nee das war ein bisschen scharf das rot ist weil das haust ich hab schon gedacht ist für ein schwein ja eben was machen wir jetzt wegen der nacht ich habe keinen bock auf creeper bekanntschaften ja warte kurz ich hab gleich in mir fehlen noch zwei worte und dann können wir schlafen ja und wo und er hat es nicht eine halbe okay wenn es nicht mehr morgen vorliegen fang ich dann an mit 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 hausbau alter er hat mich an der Fall für das haus und ich geben er mich ein bisschen meinen ja und ich gebe es wirklich und du bringst mir dann dass das holz was du gefunden hast und ich habe glaube ich gleich sogar ach komm Leiter ist der Ohr, du Scheiße. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Ich habe keinen Hunger, ich kann nicht mehr rennen und das Geld ist hinter mir. Ein Wolle. Immer diese Anfänger. Ja komm jetzt, ich bin der einzigste, der Wolle sucht hier, ihr sucht noch einen. Äh, warte, ich... Ich will die ganze Schaffung mit meiner eigenen Hand, ja? Ich hab noch viel Mut auf meinen Händen und du, du bist ganz anders. Wo bist du, ich hab noch Schwert. Ja, ein Haupfel. Oh, danke. Du hast einen Pfeil im Arm und im Fuß. Ja, ich kann das mit rausziehen. Okay, warte, ich seh mir raus. Ja. Du musst drei Herzen, tu's nicht. Ah, zwei Herzen. Wir müssen uns... Ach, eins, zwei, eine, 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 eine Herzen. Ich würde sagen, wir buddeln uns mal hier rein, ne? Ach, du Scheiße. Buddel, Buddel was aus Zeug hält. Buddel. 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 Buddel in meinen eigenen Faust. Buddel, Buddel. Ach du Scheiße, es sieht mich. Es sieht mich. Komm rein, komm rein! Ich hab dir Fackel. Nein. Ja. Dann stell auf. Wir fiel einen Woller, da können wir nicht mehr so rein. Ich helfe dir. Stell ne Fackel auf. Ich hab' das Gefühl. Ja, wie denn? Keine Ahnung, man tut's doch trotzdem. Man, 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 man tut's doch. Man, 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 man tut's doch. Man, man, man tut's doch. Man, man tut's doch nicht mehr. kümmert sich jetzt darum. Moment. Ich schil mal ein bisschen, ja. Warte, ich kümmere mich darum. Nee, he he he. Lass dich weg. Lass dich schön. Aber ungefähr zwei Betten. Ja, das bringt uns wenig. Du hast ein Uhrzeug für zwei Betten? Ja, mir fehlt noch ein Wolle, dann... Warte, warte, halt, stopp. Ich hab ne Lösung. Sir Pac-Man hat ne Lösung, meine lieben Leute. Ich schil mal ein bisschen im Bett, ja. Mir ist ein bisschen... Dieses Bett ist belegt. Dieses Bett ist belegt, ja. Stimmt, kann ich auch noch machen. Ja, ich hab das. Soll ich mal rausgehen und Schafe suchen? Mir ist nur ein Wolle, ein Wolle. Ich hoffe, ich sterb nicht gleich. Ja, viel Spaß. Boom, Creeper fällt rein. Oh, Alter. Ich will, ich... Multikill. What, what? Alter, hier oben steht direkt ne Spinne. Stirb. Stirb, du ne Spinne. Alter, ihr habt mich ausgeschlossen. Ich bin, komm rein. Nein. Warte, da ist ein... Jetzt hör mich, ah! Ich pack mich nicht auf ein. Mie, 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 kill, stirb. Nein, Skelett, alles zusammen. Fick doch, ich... Rennen, mach'n Loch, ich brauche, ich muss wieder reinkommen. Mach'n Loch, ich mach'n Loch, okay, ist noch da. Los, komm rein. Mach Platz. Los, komm, schnell. Mach zu. Ja. Ich hab' noch dreieinhalb Herzen. Ja. Ich muss essen. Ja, ich hab' anderthalb Herzen, aber kein Hunger. Äh, hab' kein Essen. Ja, Leute, ich hab' für dich, für Mr. Swisszucker, eins. Oh, ist da runtergefallen. Ja. Äh, steinschwert. Ja, genau. Für dich noch eins und für mich. Ich bin echt tot, Alter. Ja, du bekommst ein Steinschwert. Nein. Nein. Moment, hier so... Ich hab' gerade Eisen gefunden. Boah, bin ich richtig. Mord' Nürbi, oh, nein. Wir, ja. Alles wegen dir. Übrigens super Arbeit, ne, wir haben nur Sachen für zwei Betten. Ja, ja, das ist prima. Ich hab' für Holz gefahren, nicht ich. Ich hab' hier die Wolle gefunden. Du bist für Essen zuständig. Ich schämst du dich nicht, Boris. Komm' jetzt. Weißt du was? Weißt du was? Was? Verkürtige. Warte, warte. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Ich hab' dir was kurz in die Fresse. Das, das, das... Ach so, ach, das willst du mir geben. Das ist halt gerannt. Ich dachte schon, nur weil du das Schwert in der Hand hattest, dass du was anderes vorhast. Du mir leid, nein, 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 ich... Nein, ich... Nein, ich... Nein, er doch nicht. Nein, ach, Ivo. Ach, boah. Los, fahr'm Holz, los, fahr'n. Fahr'm Holz, siehre in die Holzbeschampfer. Oh. Oh. Ähm, ja, auch heiß. Oh, einfach Schleife. Super erwachsen. Ja, danke. Kannst jetzt nicht schlafen. Äh, es sind Monster in der Nähe. Ja, und was Bösem. Das Niveau sinkt weiter. Also, ich geb dir ein paar Fockeln in die Hand. Ja, gib's mir. Los. Leck. Hm. Wo bleiben die... Hier muss man ein bisschen Angst. Friendly, friendly. Friendly, friendly. Ich will euch nicht töten. Friendly Fire. Das ist ja ich. Du bist übrigens. Wie... Wie du schießt mich? Wie meinst du das? Nee, ich bin nicht groß. Okay. Lass'n bisschen ranstehen. Hm. Wer's versteck... Wer's versteht... Verstanden hat, ist Orson. Genau. Keine Art Begriff, wenn alle zu toben. Ja, aber so flach... Ja, genau. Ich will doch nur schlafen, scheiß Viecher. Verzieht euch. Wir können gleich Löschlein machen, die alle durch das... Mein Schnellschlein... Ähm, ich hab nochmal ne Frage. Wie wissen wir, ob... Ob es wieder tat ist? What? Ja, schick mich halt vor. Alter. Äh, Mr. Swistocker, Sie sind doch unser Miner. Oder? Na... Nein, ich bin für Rohstoffe zuständig. Ja, eben. Also hier, die Eisenspitzhacke. Hier, hier, dort. Dort. Holst sie dir. Ja, gut, gut, ja. Oh, Feuerwehr. Ja, so gespielt. Nein. Nee, ich bin... Es stimmt, ich bin für Rohstoffe zuständig. Dann bin ich der meiner. Ja, aber nimm doch die Eisenspitzhacke. Oh, die Steine. Ich muss erst meine Holzspitzhacke verbrauchen. Oh, ja, Pac-Man. Flüßt ihr mich so ins Ohr. Hm, schön feucht. Hier spricht das Niveau. Wir sinken. Pass auf, der kommt flach. Füße hoch. Pac-Man. Ja, nimm. Ich will sie zocken. Pac-Man. Pac-Man, fahr. Ach, Alter, ich habe jetzt drei Schwerter. Ich weiß gar nicht, welches ich zuerst benutzen soll. Der Flachwitz kommt flach. Der Flachwitz kommt flach. Ach, ich dachte, der kommt hoch. Ja, dachte ich heute ist es auch, ja, aber dann. Äh, wo sei er? Ich habe über einen Stack, ähm, ähm, Pflasterstein. Ach so. Und ich habe 17, ähm, Oak-Zeppling. Aber springen wir auch. Oak-Zeppling. Ja, Oak-Zeppling. Ich habe, ich habe die Spiele gerade für einen Creeper gehalten. Aber ich halte für mich alles für einen Creeper, was mir in der Nähe steht. Ein Schlafcreeper. Ja, ne, ich habe, das Schafhals, das habe ich vorhin für einen Schwein gehalten. Ach, weiß ich was, ich glaube, zöte ich mich mal. Dann spaw ich dort oben und dann habe ich Hunger wieder voll und alles voll. Los, laden. Ja. Ja, er wurde von... Ach, hier unten. Ah, hi. Okay. Ach, wo kommst du? Ach, bitte. Tö, komm, komm, warte, komm, 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 komm. Direkt aus der Hölle. Ich gehe kämpfen. Pagman? Warte, ich will mitkommen, ich will auch sterben. Doch. Okay, äh, Pagman muss aufmachen. Ach, schon, Tag. Oh, ich bin in Stift. muss scharf finden und scharf töten wo ist scharf? ich bin scharf beschaffen hier scharf 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 ähm warte creeper boom granate grüne granate feuer in the hole wir müssen rein sein BAM in die fresse kennst du die Situation, wenn du in einem guten Call of Duty oder sonst in einem Shooter in einer Schleichmission bist und dann sagst du immer du musst leise sein, nimm einen Schalldämpfer und dann äh einfach so, wenn du nachladen musst NACHLADEN ja ne, kenn ich nicht, weil ich in äh wenn ich kein Call of Duty spiele, aber ich kenn's von Battlefield Battlefield, ja wenn du in einer Schleichmission bist NACHLADEN hehehe 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 Ehm, ich fang mal an unser Haus zu bauen ne? ja, ich hab schon Wolle soll ich dir Holz geben oder? ich hab Holz, aber... nein, aber nicht genug kotzt mich mal voll ok, Moment ist sogar noch unverarbeitet das Holz Alter, Alter Alter wie viel Holz ich bin reiich, ich bin reiich ich kann mir jetzt nix kaufen NIERR Hearing hehehe aber im Somi Morris bei dir einkaufen? Nein. Ja klar, mach einfach nichts Klick auf mich. Auf jeden Fall kann ich bei dir einkaufen. Bumm. Bumm. Oh. Das ist aber eine tolle Explosion. Dafür bezahle ich 10 Dollar. Darf ich sie nochmal hören? Na klar. Bumm. Wie groß muss das Haus sein? Reicht das? Nein. Vier mal vier. Ja, das reicht. Ich habe hier schon mal Fleisch für uns alle. Ja, mach einfach irgendwie ein Haus. Das passt schon. So ein richtiger Schweizer Bergehaus, so was. Nein. Schweizer Bergehaus, dann sind wir aber hier am falschen Ort. Du hast einen Pfeil im Rücken stecken, übrigens, ne? Oh, und sogar im Arm und weiß ich wo. Und im... Ach, im Arm. Ich darf mal mit ihm behandeln, gell? Von der Seite sah es aus, als ob der Pfeil im Arsch steckt, aber... Ja, die Skeletze sind immer auf dem Arsch, das ist so nervig. Früher war ich auch sein Arpenfeurer, wie ihr. Die Skeletze sind voll pervers, ey. Ja, die Skeletze sind immer auf den Arsch. Früher war ich auch so ein Arpenfeurer, wie ihr, aber dann bekam ich einen Fein ins Knie. Ich dachte immer zuerst von wo und bis ich Skyrim gespielt habe. Und das sagt das jede Woche. Kennst du Skyrim, Mr. Soccer? Ja, kenne ich, aber ich spiele es nicht. Okay, hast du Angst, oder wie? Was? Ist es... Also, hast du es nicht gekauft, oder wie? Nee. Alter, okay. Alter, hier fliegt Erfahrungspunkte um mich rum. Wui, wui, wui! Reicht das von der Größe her? Was meint ihr? Wo seid ihr? Natürlich, natürlich! Hm, hier ist immer sehr viel Fleisch bei uns und alles. Ja, dann gib her. Ich brauche Essen. Ja, Moment, ich bin noch auf Tour, aber... Ich brauche Essen. Moment! Ich komme! Reicht mir mein Steak, Knappe. Ich kann einfach kein Essen haben. Ohne mich würdet ihr alle sterben, Alter, also seid ruhig. Nein, nein, nein. Sollte mich auch, weil ihr kein Haus habt. Ach komm, so ein kleines Holz wird wir können aufbauen. Nicht so schön wie du und deine, aber... Es ist ein Holzhaus. Der würde zählt. Der würde zählt, ja? Ich habe mal eine Frage, wollen wir hier... Wollen wir hier länger bleiben, oder ist es nur hier eine provisorische Behausen für... Für eine provisorische... Nein, nein. Für immer. Okay, weil ich dachte schon, für eine provisorische Behausen wäre das bisschen zu groß. Nein, nein, Einbildung! Wo ist ein Ofen? Der ist unten im Ding. Hier ist nachher ein bisschen Holz. 40. Danke. Wird mir leid, dass ich es da hingeschossen habe, aber... Da kannst du vielleicht Holz mehr tun. Wenn ich dir dafür eine reinhauen kann, ist es gut. Okay. Ich habe kein Holz mehr. Nein. Da musst du mit der Swiss-Zocker fragen, ob du Holz darfst. Mit der Swiss-Zocker kriege ich ein bisschen Holz. Definier ein bisschen. Das Ganze! Wunder! Wunder! 1.000 Kargums! Okay, warte. Du kriegst ein bisschen Holz. Okay, warte. Du kriegst ein bisschen Holz. Wie viele Blöcke sind das? 3? Ich glaube, da mache ich noch einen vierten und hier kommt dann das Dach hin. Mach hier das Dach hin, beim vierten, hier. Ja, mache ich ja. So. Ja, genau, genau, genau. Du, du begreifst das, Mr. Swiss-Zocker. Ich bin da, ich bin da über meiner. Über meiner, du meinst dich. Ja, ich bin da über Minecrafter. Mr. Swiss-Zocker, wollen Sie ein gebratenes Steak haben? Ja, bitte, reichen Sie mir mein Steak. Steak in Ihrer Hose. Nicht genug hoch. Das war zu weit. Jetzt hast du ein sandiges Steak, das in seiner Kasse war. Nein, geben Sie mir bitte noch ein Steak. Ich habe leider keins, aber ich hole es. Sie sind schlecht. Spermo, ha, ha, ha. Alter, die Legs gehen mir langsam auf den Sack. Ey, hau, Surrendern! Ja, sag, das ist eine Tese. Ja, das ist eine Tese. Ja, das ist eine Tese. Moment, Moment, ein Steak. Hier. Steak, das ist eine Tese gefallen. Ja, tut mir leid. So. Fang! Ich, ich wollte's fangen. Ich wollte's fangen. Steak, Steak. Leg, Leg. Steak. Danke. Danke, jetzt kann ich mich regenerieren. Boris. Warte. Ich flute! Ich hast es nicht gesehen. Warte, warte, guck. Ey, Leute, holt das Zeug aus dem Loch und baut es wieder zu. Warte, wir kommen gleich. Boris, guck. Ich flute! Toll aufs Maul gelegt. Könntest du hier mal ausleuchten mit Fackeln und Sandholen gehen? Dann können wir Fenster reinhauen. Ist das Loch zu? Nein, ich wäre da nämlich fast reingefallen. Vielleicht brauch ich noch ein bisschen Holz. Holz, Holz, Holz. Holz regiert die Welt oder so. Ähm. Wir hasse. Warte. Mein Skin ist einfach so süß. Mua. Hals, Mann. Reicht das? Ich bin noch mehr. Äh. Ja, das reicht das. Einmal einfach um die eigene Achse. Um 180 Grad zu nehmen. Dann wäre es perfekt, Pac-Man. Perfekt. Dann wäre rot zu rot und grün zu grün. Komm, lass machen. Attentat. Komm. Was? Sein Kopf umdrehen. Es ist grün zu grün und es ist rot zu rot. Ich gebe euch gleich einen Attentat. Ich bringe euch einen Creeper vorbei. Ja? Ich bin in euer Loch getreten. Also in das Loch hier. Du verstehst, was ich mein? Nein. Nein, nein. Was ist das? Alter, es ist mein Job. Geh weg. Ich bin sonst arbeitslos. Als Viehempfänger, hm? Äh. Geh Sand abbauen. Ja, warte. Jetzt brauchen wir vier Ringen da. Wir brauchen Fenster. Äh. Äh. Wir brauchen Fenster. Hör auf zu stöhnen. Äh, nein. Wir haben keines Problem. Unser Ofen ist weg. Und... Ja, genau. Du hast gleich ein Problem. Äh. Pick den Bauschel ab. Bauschel ab. Aaaaah. Ich hab gesagt, baut das Loch wieder zu. Es ist immer noch da. Ja, tschuldigung Sir. Ich werde es jetzt demnächst zu machen. Du musst eines verstehen. Ich bin Schweizer. Schweizer nörgeln generell an allem herum. Also bitte köpfe mich erstmal nicht, okay? Okay. Ich werde es mir überlegen. Okay. Das Loch ist zu, Sir. So, und für Ihnen gebe ich Ihnen sogar noch zwei Steaks. Warte. Hauen Sie nicht ab, Sie. Ich hab zwar noch ein Steak, aber trotzdem. Danke. Dafür werde ich Sie nicht töten. Hier bekommen Sie doch gleich ein Spinnenauge dazu. Wofür brauche ich das? Kannst essen. Krass, als ich Glasaugen vertuscht habe. Ja, was anfassiert weiß ich, aber wofür kann ich es nützlich brauchen? Äh, Glasaugen, wenn du ein Heils hast. Nein, nützlich kannst du Heiltränke oder sowas machen. Okay, hab ich ja nicht gemacht. Das ist ganz spät. Aber das ist ganz spät. Erst wenn man einen Nähter hat und ausgerüstet ist und Diamanten hat und blablablabla kekst das mit Senf. Das ist mein Holz. Okay. Ich hab nur noch... Ich hab nur noch... Ich hab nur noch ein Stack. Äh, das reicht fürs Dach. Und ich heb dann nachher mal die Fenster aus. Okay. Ich bin schon am Sandra bauen für dich mein Lord. Dankeschön. Knappe. Kein Problem. Ähm, wie wollen wir das Fenster? Zwei Türke groß oder? Äh, wo ist jetzt der Ofen hin? Wer hat den Ofen kaputt gemacht? Er. Boris? Ich bin schon weg. Ich bin schon auf Essentour. Sieh zu, dass du lang gewinnst. Jaja, ich bin schon drauf. Wann kannst du mir oben machen? Ich hab keinen Ofen. Haben Sie Steine? Koppelstoten. Ich habe Steine, ja. Darf ich hab? Ja, bitte. Hier. Haben Sie 60 Steine, mein Knappe? Ah ja, vielen Dank. Warte, wie viele Blöcke sind das? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Symmetrisch. Perfekt. Symmetrisch. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Äh, doch Holz. Ja, gerne, weil mein Holz geht langsam. Ja, erstens das und zweitens haben wir nichts für den Ofen anzufeuern. Ja, anzufeuern. Wow, los! Los! Ofen! 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 Ihr kennt ja so einen Witz, wo der... Der mit der Blondine da. Ja, wo der Mann zur Blondine sagt, mach mal den Ofen an. Hm, Schatz, hast du schon was vor, Ofen? Hm. Nein, du musst ihn doch anfeuern! Oh, feu! 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 Schweizerdeutsch for the win und so. Ja, ja, natürlich, natürlich. Liebes Oefele, wird doch warm! Nein, musst ihn doch anführen! Oh, feu! Oh, feu! Oh, feu! Hehehe. Miep. Ich bin grad im Überlegen, das... das wird nix. Warte. Oh. Ja, geh jetzt mal schweizer... das wird nix. Leute, bringt mal Sand, das... wir müssen hier... Sand ist schon am kochen, mein Lieber. Sand ist schon am kochen. Irgendwie kocht der Ofen aber nicht. Ja, ich weiß, weil wir kein Holz haben, und der Holz bin ich gerade am holen. Warte, ich ändere das mal. Holz. Ähm, ja, weil, äh, die Sonne geht gleich weg, und was dann passiert, brauche ich euch, glaub ich, nicht erklären, oder? Ich weiß nicht. Ich hab ihn hier, Mama. Du nimmst hart, ähm, Minecraft ist einfach zu hart. Ähm, Minecraft ist nicht so hart, wie du denkst. Du denkst jetzt, Oh, Zombies Creeper! Ooooooh!